Guten Morgen! Jetzt haben wir gestern für den Etti einen richtig tollen Zaun gebaut und jetzt ratet mal wer die ganze Zeit bei uns sitzt. Der Etti Gong. Jaja, so ist er. So starten wir dann in den Tag. Wir haben Viertel nach acht. Ich bin seit fünf Uhr auf, weil irgendwie konnte ich nicht schlafen hin und her. Dann wollte ich ein bisschen gucken, online was machen. Und dann musste ich feststellen, der Router geht nicht mehr. Ich aufgestanden, schlaftrunken, hab den Router ausgemacht, bin auf Toilette, hab den Router wieder angemacht, gewartet. Ging nicht. Ich nochmal aufgestanden geguckt, aus, an. Ging nicht. Habe ich den resettet komplett und neu eingestellt? Ging nicht. Mein PC aufgebaut halt, dann kann man halt ein bisschen mehr sehen. Dann habe ich halt gesehen, dass die Leitung da ist. Also 100 MBit kommen an, aber der Router nicht übermittelt. Ja, dann hin und her, her und hin, dachte ich erst wegen Blitzeinschlag, hab bei den Nachbarn angefragt. Da geht aber Internet alles super. Ja, dann bis sie letztendlich rausgestellt hat, dass das ein Kommunikationsproblem war. Mit Bezahlung, Lastschrift und eine Rechnung war noch offen. Das erzählt euch die Michaela aber gleich im Detail. Jedenfalls müssen wir jetzt warten, bis das Internet wieder geht. Shit happens. Aber das sollte innerhalb von 24 Stunden jetzt behoben sein. So, derweil hatte ich schon angefangen. Ihr seht das hier. Hier ist der eine Schrank schon fertig. Der zweite wird gerade gebaut. Und zwar werden die heute an die Wand gebracht. Dann haben wir die auch von der Füße weg. Einer kommt bei Calvino ins Zimmer, da an die Wand. Dann kann man da auch so leichte Sachen reinmachen. Die werden mit Winkel oben und unten verstärkt. Hier kann nichts passieren. Und der andere wird dann hier mit an die Wand gebracht. Da sind halt so leichte Sachen drin. Ja, da werde ich dann anbauen und nachher anbringen. Ja, ansonsten starten wir heute in den Tag ohne irgendwelche... Doch, Mama hat sich eine Liste gemacht. Ich dachte, dass wir beim Jugendlichen leicht sind. Mama möchte die Fenster putzen. Sensen wollte ich gleich. Muss ich nicht. Wollte ich gleich. Und ein bisschen umreichen. Und die Pfosten müssen wir für unseren eigentlichen Zaun umschichten, dass die halt sich da jetzt wegmordern. Wir wissen ja nicht, wie lange das dauert, bis jetzt der richtige Zaun kommt. Und deswegen haben wir gesagt, das wollte ich da oben sensen, dass die Mama da auch mit ihrer Zeckenphobie da reingehen kann. Und wenn wir die umschichten, damit die nicht wegmordern. Unsere Kaffeemaschine meckert. Da wollte ich euch mal zeigen. Ich hoffe, es klappt. Ich habe es selber noch nie gemacht. Und zwar sagt es immer hier, clean me. Jetzt haben wir gerade die Bedienungsanleitung durchgelesen. Und jetzt versuche ich das einmal zu machen. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen. So. Ich drehe da so ein bisschen. Also wenn es jetzt nicht so groß klappt... Tut mir leid. Also wir haben hier so in unsere... Wie nennt man das eigentlich hier? Siebträger? In den Siebträger kommt hier so ein Gummi-Moped rein. Das war mit den Anlieferungen dabei. Dann... Da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die wirklich brauchen, so eine Reinigungstablette. Ich mache die jetzt einfach mal rein, weil wir eh noch zwei haben. Dann brauche ich gleich einen Behälter. So, den packe ich hier so rein. Runter gestellt. Dann würde ich mit Wasser noch einmal voll machen. Ich drehe das mal, wo ich nicht mehr Wasser kann. Ich mache den einfach voll, weil es in der Anleitung steht, dass wir es jetzt voll machen sollen. Da fehlt jetzt so ein Schuss, aber... Machen wir mal lieber ganz voll. So, dann ist ganz wichtig, dass wir was da drunter stellen. Da habe ich natürlich nichts vorbereitet. Haben wir hier eine große Schlüssel? Ja, hier unten im Eckschrank. Die passt aber nicht runter. Wichtig ist, dass das alleine steht, weil das fünf Minuten ungefähr dauert hier da drin. So, jetzt, um das zu starten, drücken wir die beiden Tasten und die Power-Taste gedrückt halten. Dann passiert nichts. Okay, machen wir mal aus. Drücken wir die beiden Tasten und dann die Power-Taste. Ah, also muss das Gerät aus sein, damit das läuft. Und jetzt reinigt sich das Gerät. Das dauert jetzt nur fünf Minuten. Das lasse ich jetzt natürlich nicht laufen. Aber ich werde euch gleich erzählen, was gegeben hat es. Es ist keine Pflicht, das zu machen, statt da drin. Aber es wäre halt von Vorteil, das zwischendurch mal zu machen. Ich lasse jetzt einfach mal laufen und erzähle euch nachher, was es gegeben hat. So, die Kaffeemaschine hat sich wirklich selbst gesäubert. Die Leitung ist wieder blitzeblank. Der Kaffee schmeckt so gut wie immer. Keine Ahnung, ob das jetzt schon nötig war. Aber es ist ja keine Arbeit. Und dank Google haben wir da auch rausgefunden, die Bedienungsanleitung hat gegoogelt, wie das halt vonstatten geht. Hat super geklappt. Wenn ihr mal ein Problem damit habt, wisst ihr jetzt Bescheid. Wie man die dann sauber macht, wenn da stehen. Cleamy. So. Tada. Der ist auch schon an der Wand. Den haben wir jetzt oben und an den Seiten befestigt mit Winkel. Der andere steht da noch. Den mache ich jetzt nicht. Cleamy hat jetzt gerade geschlafen. Haben wir hier drinnen erstmal aufgeräumt. Haben jetzt hier mit Milchglas die Fenster gemacht. Wir kriegen ja Besuch. Einfach so. Wenn wir hier halt abends Licht drin haben, dann kann man da nicht direkt reinglotzen. Und wir auch nicht immer rausglotzen. So gucken uns gegenseitig nichts weg. Da hat man doch ein bisschen abends dann für sich und fühlt sich nicht bespannert. Ja, dann habe ich hier ein bisschen ein paar Einlegeböden noch reingemacht. Dann habe ich jetzt hier so eine Steckerleiste mit angebracht. Dann ist da nur USB-C ist hier und hier. Da ist für meine Uhr. Die kommt noch weg. Hier ist halt unsere 18650 Akkus und die 21700 Akkus Ladegerät. Und hier sind unsere Handys, die wir aufladen können. Und dann haben wir da auch schon mal ein bisschen Luft und alles an seine Stelle. Jetzt habe ich mir das schon mal rausgesucht für das Fenster. Das passt für zwei Fenster. Das werde ich aber nachher jetzt anbringen. Weil ich jetzt zuerst gucken wollte draußen an dem kaputten Hauswasserwerk. Was ja so richtig viel Geld gekostet hat. Und am Ende nur Schrott war. Weil das vor Wasser gelaufen ist. Und wie auch immer. Jedenfalls wollte ich die abhauen. Die sogar meine Rohrzange. Die habe ich jetzt wahrscheinlich wieder zurückgelegt. In meinen Werkzeugkasten. Jetzt mache ich wieder alles Dreck. Vielleicht gibt es gemeckern. Da wollen wir jetzt fegen einfach. Ja, da ist er. Da wollte ich jetzt mal gucken, dass ich das alles abkriege. Und dann wollten wir das Pumpe halt raus. Brauchen wir nicht mehr. Denn Sonnen ist ja nicht so ergeblich, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann werden wir das zuschütten mit Erde. Dass wir dann eine große Fläche haben. Da kommt dann Sonnensegel drüber. Und dann kann man da schön sitzen. Das passiert aber nicht heute mit dem Sonnensegel. Das passiert irgendwann. Da ist nur der grobe Plan. So, da ist die alte Mistkrücke. Da werde ich jetzt reinsteigen. Und ähm. Ja. Raus versuchen zu bekommen. Die alte Mistasse. Ja, ich freue mich. Ich hoffe nur. Aber anderer ist ja auch egal. Wenn das Rohr jetzt da reinfällt. Wir brauchen ja eh nicht mehr, ne? Ich muss mal gucken. Vielleicht klebe ich es irgendwie vorher fest. Ich hole mir noch Panzerband. Und dann springe ich da mal rein. Und wenn ihr nichts mehr von mir hört, bin ich da immer noch drin. So. Fünf Nacktschnecken später, die mich geknutscht haben. War schon ein bisschen ekelig da unten drin im Loch. Äh. Komisch, dass die Preise sich halbiert haben. Seit dem Zeitpunkt, wo wir die gekauft haben. Seit dem Zeitpunkt, wo wir die gekauft haben. Aber gut. Was soll man sagen dazu? Können wir jetzt eh nicht ändern. Ich werde gucken, ob wir die repariert kriegen. Oder vielleicht können wir die auch irgendwo verkaufen. Wir brauchen sie eigentlich so nicht mehr. Ja. Ärgerlich. Schade. Das Loch machen wir zu. Da habe ich erst wieder eine provisorische Palette draufgelegt, damit keiner der Kinder da reinhoppelt. Ich bin echt ein bisschen jetzt enttäuscht, dass das so eine günstige. Also, was heißt günstige? Die kostet jetzt 180 Euro im Baumarkt hier. Das war halt der Installateur, der war aus Österreich. Aber meinst du in Österreich? Ja. Egal. Es ist wie es ist. Aber es war ja auch die Arbeit, die wir bezahlt haben. Und dieses... Und diese Kiste. Aber trotzdem waren das knapp 1000 Euro für alles. Ja. Und deswegen bin ich ein wenig zerknirscht. Und das Rohr da dran. Livia, geh mal weg da, Mäuschen. Geh mal weg, du brauchst das Loch nicht gießen. So ist er. Sie sagt, da. Ja. Bernd, wo ist da die andere Latschen? Weißt du was? Papa sucht jetzt den anderen Latschen. Wir haben das gleich. So, jetzt ist einer unserer Draußenstühle. Der ist leider auf dem Umzug kaputt gegangen. Und ähm... Dann machen wir jetzt mit dem Scharnieren, hier haben wir es gebunden im Garten. Damit wir das jetzt stabilisiert. Da war halt ein komplett Reihe abgebrochen. Den haben wir mal vom Sperrmüll gerettet, den Stuhl. Dann kann wieder jeder Dickfrosch. Falls euch wundert, was das hier soll. Ich sitze hier nur im Schlüppi und wollte euch den Anblick ersparen. Alle schreiben bitte Danke in die Kommentare. Soll. Nicht äußere Scheuche. Sonst reicht doch so, oder? Machen wir da noch zwei rein. Das ist ja nichts. Ja. Ja. Ich male den dann bunt an. Und dann oben wieder welche mit Belieben suchen. Brauchst du auch Schrauben? Ja. Hast du eine Schraube locker mein Schatz? Ja. Sie will auch Schrauben in Löcher stecken. Der Papa gibt dir gleich welche. Ab in die Küche. So. Pumpe ist fertig. Ich habe ihr gezeigt. Und jetzt wird gekocht. Papa darf Kartoffeln machen. Die lege ich hier mal schön ein. Die habe ich schon vorbereitet. Ich vergesse euch mal mitzunehmen. Jetzt habe ich schon gewaschen. Die werden jetzt in kleine. Ähm. So. Wie. Kartoffelecken. Halt. Geschnibbelt. Na. Da hat sie schon wieder. Brup. So. Und dazu habe ich. Boah. Mein Herz da oben liegt da. Hat geklackt. Ich dachte da kommt mir irgendwas entgegen. Dazu ähm. Habe ich die Tage schon. Vorgestern. Gyros eingelegt. Unser Gyros halt. Kein normales. Für Essbehinderte. Soja. Kanon. Sojaschnetzel. Haben wir schon eingelegt. Ähm. Gewürzte Zwiebeln. Ist jetzt richtig schön durchgezogen. Da haben wir es. Na komm. Meine Güte. Was ist mit dir? Irgendwie. Gefolgt sie nicht mehr so schnell. Wie ich das gerne hätte. Das rühre ich jetzt durch. Lecker angebraten. Dazu gibts ähm. Gewürzte Kartoffelecken. Aus dem Backkofen. Muss man nicht frittieren. Das können wir nicht mehr so lange sagen. Und dann denke ich mal. So eine halbe, dreiviertel Stunde. Wird dann schnabuliert. Ja. Das gibts bei uns heute zum Mittagessen. Essen wir super lecker. Sind also satt geworden. Ein paar Kartoffeln zu viel. Aber das snacken sich die Kinder immer abends dann. noch weg. Und ähm. Ja. Michaela hatte euch ja schon erzählt. Dass wir ein paar Probleme hatten mit dem Pool. Und zwar ist der pH Wert hier. Immer extrem hoch. Katja nimmst du mal mit? Ja. Und ähm. Jetzt ist unser ganzer pH Minus aufgebraucht. Und der ist bei 8,2. Ja. Nein. Wir packen die Kinder jetzt nach hinten. Natürlich. Ähm. Wir haben kein pH Minus mehr. Und da haben wir morgen Besuch bekommen. Fahren wir jetzt nochmal in die Stadt. Hier in der Gegend gibts leider nichts. Unsere Freunde hier haben auch nichts leider. Was die uns leihen könnten. Ja. Bevor das Wasser kippt. Oder wir Probleme kriegen hier mit Hautreizungen etc. pp. Düsen wir nochmal eben jetzt in den Abendstunden. Also Calvino kommt mit. Der wollte sich noch was bei Müller holen. Ähm. Und holen das eben noch aus der Stadt. Dann wollten wir nochmal eben. All die rein Brokkoli holen. Wenn wir schon mal da sind. Dann gibts dann Blumenkohl Chili mit Brokkolinski. Also. Ja. Und. Und. Na dm noch ganz kurz. Taschentücher boxen schon mal. Weil sowas haben wir alles schon für unsere Reise. Und das würden wir dann noch holen eben. Ja. Ich erzähle euch später. Wie es war. So. Wir sind auf dem Rückweg. Wir haben. Wir haben. Wir haben alles bekommen. Die Praktika. Ich hab mal ein PR- bekommen. Das heißt knapp 6 Euro. Da haben wir noch Chlortabletten. Gibt's keine Langzeit-Chlortabletten. Die hatten sie da nicht. Aber normale Chlortabletten. Da müssen wir immer 2 Stück am Tag dann halt reinwerfen in den Skimmer. Gibt Schlimmeres. Ich denke mal Ende nächste Woche. Ein paar rüber nächste Woche. Wenn wir den Buchen. Ende dieser Woche schon. Anfang nächste Woche. Wenn wir den Pool wie abbauen. Da soll's ein bisschen schlechter werden vom Winter. Und dann. So langsam geht ja auch unsere Reise dann los. Und dann haben wir noch ähm. In Tesco hat Calvino seine heiß geliebten Karten bekommen. Die er sammelt. Da haben wir noch kurz einen Abstecher gemacht. Und ähm. Brokkoli haben wir gekriegt im Lidl. Und für ein paar Kleinigkeiten haben wir da auch noch. Haben wir da auch noch bekommen. Und jetzt sind wir auf dem Rückweg. Keine Angst. Ich halte die Kamera nicht auf dem Calvino. Ich halte die Kamera nicht auf dem Calvino. So kann ich gleichzeitig erzählen. Und auch fahren. Und jetzt gleich. Wenn wir zu Hause sind. Werden wir den Arm da auslegen lassen. Werden vielleicht noch eine Kleinigkeit essen. Wir haben die kleine Mause schon so gut wie am Einschlafen. Und ähm. Ja. So wird unser Tag zu Ende. Heute haben wir viele Kleinigkeiten gemacht. Hier und da gerödelt. Umgeräumt. Wir haben ja viel geschafft. Und. Morgen kommt. Und Neues dann. Werde ich euch berichten. Mal gucken. Irgendwas gibt's ja immer. Mähen wollte ich morgen. So. Sorry da. Ist auch fein unterbrochen worden. Jedenfalls morgen früh werden wir. Wollte ich dann mähen noch. Alles hübsch machen. Da wo das Auto von mir steht. Das werde ich dann wegfahren. Da ist auch schon viel Gras gewachsen. Habe ich die letzte Male nicht gemacht. Da ich dann weggefahren habe. Da werde ich dann mähen. Und. Ja. Mal gucken was noch so anfällt. In dem Sinne. Wünsche ich euch gleich viel Spaß bei der Michaela. Und. Danach. Einen wundervollen Abend. Bis morgen mal. Tschüss.